daher dass der jetzt noch fertig ist sie weißen feld um ich habe noch mal schon noch ich habe nur ein jahr holen das kiste ich habe noch ein bisschen kreppeln um den weg zu vernehmen und es regnet ja aber ich habe nicht so wirklich viel kreppel das reicht noch ja es wird man und dass wir heute mit den nächsten mal eine rutsche aber das ist ja man auch kein eis mann hier hast du noch ist dabei ja Cool. Zack. Wie viel Dirt hast du? Kein. Kannst du mal nur noch, ob es in der Kiste ist? Ja. Was fällt hier neben unseren zukünftigen... Keiner. Kein Dirt. Haben alles verbaut, um die Ebene so schön eben zu machen. Ja, das stimmt. Jetzt ist die Frage... Schäfchen! Schäfchen? Gibt's in Fangen? Ja. Äh, Zaun! Äh, ich geh Zaun holen. Wenn's drin ist, dann mach ich zu und dann fertig. Ja, aber ich misse das Ding wie aus. Das kennt... Das macht auf mich. Dann lockst du rein und kuschel halt ein bisschen mit dem und ich... Oh, ich soll's vielleicht mit der Miene locken. Warte, ich mach schnell... Zack. Hier haben wir aber nichts und... Doch, das ist alles eben. Ups. Geil. Ich mach mal schnell so ein Tor. So. So. Loks drin. Machst du doch durch? Ja, ne. Warte, komm schau an. So. Vor allem hat das nicht so ultra blöd angemacht. Das ist toll. So. So. Jetzt brauchen wir das nächste Schäfchen. Ähm. Oh, kurz direkt. Alles klar. Äh, ich hab die Schafe doch vorne am Hubelhaut mal die gefunden. Dann bau ab. Ja. Und da wir hier schon, äh... Rote Rosen haben. Und wenn wir schon, äh... Ein Schafrot machen. Ein Schafrot machen. Ja. Du hast ein Schäfchen. Schäfchen, komm mal her. Ach du Walzen. Komm her. Ja komm. Äh. Ich hab's aus der Seine jetzt echt weggefallen. Ich geh mal nur noch um Berschen. Wo lafen da hinten? Dann lafen die nachher. Ja und da sind... Hier oben ist noch mehr Schafe. Näää. Das lafen. Ich schau mal das dort. Komm. Komm mit schau. So ist mal ein Schwein. Boah. Komm mit Schäfchen. So. Hier ist auch noch ein Schweinchen. Schweinchen. Äh, fuck. Die haben sich gerade gepaart. Die haben sich gerade gepaart. Na, komm jetzt zu laufen. Hast du noch mehr? So. Ich hab noch, äh, vier Weizen. Ich hol jetzt mal mit. mit lord hat hier steht komm her so sollte das mit anklicken das recht wenn es in der hand passt dafür gibt es auch schon das baby schocken hoffentlich überleben die den abstieg jetzt wird es noch wie viel scharf hast du so dabei also so ein groß und so kommt doch weiter nur an was hier abgeht die raus und schiebt doch noch das schweinchen ok das wäre es drin so jetzt muss man ja kommen ja so jetzt schon jetzt mal die können sich überfahren da steht ein zombie haben wir zwei betten nägel verdammt wie wie macht man dann scheren reisen fack mit dem buddeln gehen bald die nacht hier rum ist immer ne du siehst das problem noch nicht so und du los mitkommen hier stehen so viele bäume ja zwei dumme schafe jetzt verfolgt das dumme schäschte dich ein bild für die götter ist das doch schaaf laufe alter laufen die jetzt hier nachher hol einfach weizen und lau und dann jetzt sind die abgetauchten kribbeln so ok funktioniert das nicht schieb das laffen die hier dann warte ich geh mal raus ja ich hab den sachen aber in geschoben geh bleib hier drin geh in das inne back den kribbeln es ist schwarz bleib drin so böses scharf ja das anerkennung ausbauen wenn wir uns handeln lassen wir uns in machen wir uns ein aufschiebbares ja genauer knopfdruck so jetzt alter so ist sie sind ich habe sie noch mal angenommen weil ich nicht so zack ich schieb sie noch weizen freunde jetzt haben wir nur ganz viel scharf aber ich habe schon gesagt so nee scharf baby die nummer toll dass du nicht aus das ist dann immer die drei schaffe töten nach so wenig ja das klingt noch mal das gibt jetzt erstmal aus dem kopf so wie viel sind dann weg doch jetzt noch ein sohn als ob das fehler was dauer ist nie ja scharf aus den ständigen packt raus aus einfach es ist noch drin so zwei wochen noch ins kill wie wärst du mal das banken oder so jetzt habe ich euch okay dann geht man ja und dann das steht noch im plan und essen es gelett hat nicht schluss ich gehe jetzt immer so an die aber es hilft mit dem warte, wo ist es? da ist es schon in den Schwert? ja, hab ich schon gesagt gut, alles klar, ab und fresh ich bin einfach ins brettchen ja ja schreib mal du es ist Tag, du brauchst nicht mehr zu schreien ich könnte was essen eher ich kann immer so ein halbes Leben ich kann nicht sprinten und das mag die dann noch füttern ah doch, die fressen das wir haben ein Minischäfchen gemacht ja, fressen also, uns fehlt Holz und Stein und Eisen ja, sind wir auch soweit eigentlich ich würd sagen, wir lassen das Dorgatter nur für Schafe weil die vermehren sich jetzt exponentiell ja und dann machen wir hier ein neues für Schweinchen das ist ja was wir schon machen, Holz oder äh, Holz Holz, hier mal könnten wir die anderen Lachen zu ein bisschen freuen das gleich, schon mal ein paar Fackeln, dann gehen wir noch ein bisschen buddeln das schon mal auf die Ongloth, gell? und ne sollte man es mal angewinnen scheiße, ey, ich fang damit weil ich einfach zu machen mhm, aber der stirbschnitt vom Tropfen Apfel 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 Mini-Mine Mini-Mine ich hoffe mal halt oh gut jetzt wird hier bestimmt noch gleich ein Apfel ohne Wasser was brauchen wir? Eisen ich hoffe, deine Theorie stirbt mit dem nicht sterben ne, man stirbt nicht ich hab nur noch ein halbes Leben das ist ne Normal, soll ich ihn mal auf Hardcore stellen? ne ich hab ein Prümer verreckt, ey, ich will mal ja ahnen machen na, wenn ich inzwischen nipf von so einer Suizid-Spider-Kriebelkind die einfach auf dich köpft ist das war witzig geht so, äh, ja Eisen, wie können wir am schnellsten krisen? das wird jetzt wahrscheinlich die große Frage äh, weil wir wollen ja die Wasserrutsch fertig machen ja, Wasserrutsch und ne Brunnen jo so, jetzt ist nur die Frage, was machen wir dann? was, was wird LP6? oder machen wir nochmal Pause zur LP6? öhm ich würd sagen, wir starten LP6 vielleicht schon mal ein bisschen Eisen machen jo dann gehen wir mal Eisen ich weiß leider gerade gar nicht wie langs ist ich hab auch gar keinen Plan ich kann genau tun, aber so viel Arbeit ich hab auf jeden Fall gleich nochmal ein Stück äh, Stein ich hab ein Schweinchen gefunden, ich geh mir grad das Schweinchen killen ne, nicht killen, einfangen äh, kann ich nicht, ich schau kein Weizen ja, aber ja, Sam komm, du machst das Sam warte, 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 ich komm gleich raus ich schieb's einfach mal in die Richtung und guck mal wie weit ich komm jetzt fange ich nämlich auch schon damit, weil ich äh na ja vielleicht schaffen wir uns ja auch einen florierenden Schweinestall zu erschaffen ich mach mal einen Schweinestall na jo und dann halt eine Handvoll Schweinestall jo jetzt haben wir ein Problem ich hab's schon bis hierhin geschoben Spann mal das Schweinchen zu den Schafen mal gucken, was rausgehen wir mal Schweinchen mit dem Schafen mal gucken, was rausgehen wir mal Schweinchen mit dem Schafen in die andere Richtung mit bräuchten äh, uch, ich weiß warum es ist Karottenpitsch es gibt neue Sachen Kartoffeln und Karotten und Schweinchen kriegst du nur noch mit Karotten das ist die Frage, wo kriegt man Karotten her ok wo kriegt man deine Karotten her die findet man, glaube ich, random what? äh, ich geh mal hinten in den Sumpf da gibt's bestimmt Kartoffeln oder Karotten was weiß ich ja, keine Ahnung ich schwimm einfach nur mit dem Sumpf natürlich aber wie gesagt, eigentlich sag mal, erstmal fertig mit Apple 5, oder? äh, jo mittelmäßig wird nur geklappt aber genau äh, Entchen ich hab Entchen gefunden es ist ein Huhn, aber ok ähm alles egal würd ich mal sagen Apple 5 ist jetzt da mit Eschmorgäs jup und, ja, mal sehen wir werden mehr haben, wenn wir zick sind, denk ich mal alles klar, ciao ciao